Hallo Elden Ring Fans, Checkpoint Sander hier, ich grüße euch, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ich euch kenne, wartet ihr bestimmt sehnsüchtig auf das neue God of War und um euch die Zeit ein bisschen zu versüßen, zeige ich euch heute, wie ihr euch den Kopf von Kratos in Elden Ring erstellen könnt. Dazu braucht ihr keine Mods oder sonstiges, sondern könnt einfach bei Renana eine Charakteranpassung machen und so entsprechend euren Kopf ändern, sodass ihr Kratos seid. Mit Kratos könnt ihr dann die Lande von Elden Ring erkunden und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, so können wir unseren Charakter in Kratos umwandeln und wenn ihr das auch machen wollt, schaut gerne mal in der Beschreibung nach. Dort findet ihr alle Werte, die ihr einstellen müsst, um Kratos entsprechend für euch zu erstellen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, die Welt von Elden Ring mit Kratos zu bestreiten. Auch im PvP natürlich eine coole Sache. Wir sehen uns beim nächsten Video, macht's gut, adios und ciao ciao.